Den würde ich auch füllen. Auf den hätte ich voll Bock. Also da würde ich echt sagen, ja, scheiß drauf, hol ich mir. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, es wird wieder Zeit, es wird wieder geshoppt. Corona Edition. Auch ihr habt fleißig geshoppt. Letzte Woche am Freitag um 19 Uhr war der Pre-Drop der neuen Kollektion von MEM Art Destrukteur. Und ich kann mich nur bedanken. Unfassbar, es lief unerwartet gut. Also ich habe schon damit gerechnet, dass wir einen Sprung machen, aber dass wir uns nochmal mehr als zweieinhalb verfachen, was die Pre-Drops angeht. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also vielen lieben Dank für all jene, die es verpasst haben, Freunde. Es kommen jetzt mehr und mehr Infos. Wir haben, soweit der Zeitplan stimmt, am 21. den offiziellen Trailer und dann nochmal die offizielle Vorstellung der Produkte. Also wie der Schnitt aussieht, alles drum und dran. Das war nur der Pre-Drop. Und dann am 26. und am 19. ist der offizielle Drop. Also auf keinen Fall verpassen. Freunde, ich will auch gar nicht mehr länger quatschen. Mir nur am Herzen gelegen, da nochmal ein großes Danke zu sagen. All jener, die so stark am Supporten waren. Unfassbar krank. Okay, wir haben heute wieder einen Shopping-Stream. Philipp von Rare Fashion hat mir Bescheid gegeben, dass da ein paar nice Pieces bei ihm am Start sind im Shop. Gerade was Gallery Department angeht. Und da immer noch, da schauen wir auf alle Fälle rein. Das ist ein richtiges Hype-Shopping. Das heißt, die Pieces, die man sonst nicht bekommt. Und ich habe mir aber auch überlegt, so ein paar Basics zu shoppen. Also wenn ihr Bock habt auf einen Shopping-Stream, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, wo ihr vielleicht bei Asos oder bei Weekday unterwegs seid und so ein paar Essentials holt. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir das in die Kommentare. Und schaut auf Instagram vorbei, denn da sieht man jetzt zukünftig dann auch die Pieces. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Viel Spaß mit dem Shopping-Stream. Wir geben ein bisschen Geld aus. Wir haben Bock, denn ich habe schon des Längeren versucht, was vom Gallery Department zu bekommen. Ist aber extrem schwierig. Und wenn ich dann irgendwo geschaut habe auf diversen Seiten, dann waren das immer so 1000, 1200 Dollar. Habe ich keinen Bock drauf gehabt, wirklich so viel Geld auszugeben. Und verhältnismäßig günstig bekommt man es jetzt, weil der Philipp von Rare Fashion einiges bekommen hat. Ich glaube, es wurde auch schon sehr viel verkauft, aber er hat auch noch einiges. Und deswegen gehen wir wieder mal auf Rare Fashion und schauen rein, was da so abgeht. Deswegen vor allem würde ich sagen, wir schauen mal rein, was da alles so gibt und werden vielleicht ein bisschen Geld ausgeben. Ich habe ein Budget von 2500 Euro. Also das wird mir schon reichen. Auf Krampf will ich jetzt nichts holen. Wenn es teurer wird, wird es teurer, aber ich werde nichts auf Krampf einkaufen. Also, schuhmäßig werden wir nichts holen. Habe ich keinen Bock, weil bin ich bedient. Ich habe mir alleine vor kurzem drei oder vier paar neue Schuhe geholt. Habe ich aktuell kein Bedürfnis. Vielleicht diesen Ambush oder diesen Air Force Comme de Garçon. Ah, es eskaliert schon wieder, Freunde. Es eskaliert schon wieder. Wir schauen einfach, was wir so finden. Gut, Dark Mocker, wer möchte, gibt es anscheinend hier für mich nicht so wirklich. Aber wir schauen einfach mal bei den New Arrivals rein. Da sehen wir natürlich Essentials sehr viel. Oh, aber da kommen gleich mal die Wilden. Da habe ich schon was mitbekommen. Gallery Department Hose. 790. Wisst ihr, das meine ich. Also keine 1200 Euro, sondern 790. Das würde ich noch halbwegs verschmerzen für eine Jeans. Also für eine Hose. Ich habe noch nie so viel für eine Hose ausgegeben. Aber wenn ich mir dann denke, ja, statt 1200, 790, sparefrohmäßig. Schauen wir mal, ob die 33. 33 habe ich, das ist meine Größe. Aber passt das auch oder sind die eng geschnitten? Keine Ahnung. Ich habe noch nichts von Gallery Department, tatsächlich. Aber bei 790 wird das tatsächlich ausprobieren. Hätte ich schon Bock. Ich werde, Freunde, nehmen oder nicht nehmen? Es gibt dann noch die da. Aber die fühle ich nicht so. Die ist für mich ein bisschen too much. Mit diesem Leoparden-mäßigen Print und so. I don't know. Da wird es noch eine so eine. Ja, ich habe nicht wirklich Bock auf so Sweatpants. Nicht so wirklich. Wenn, dann Jeans wäre cool. Distress Jeans. Ja. Aber wenn, dann will ich schon ein bisschen was Auffälliges auch. Und ich liebe einfach Camouflage. Gibt es da noch eine? Na, sehe ich jetzt nichts. Die ist auch nicht so schlecht, finde ich. Aber finde ich die noch am besten. Chad, was meinen Sie? Auf die hätte ich Bock. Ich liebe Camouflage-Muster. Und mit diesen Klecksen drauf, mit diesen ausgestellten Beinen, kann ich mir die schon ganz gut vorstellen. Jogger zum Laufen. Beste Idee. Kaufen wir zum Laufen einfach Gallery Department. Ist ja wurscht. Geht eh um nichts. Die hätten die meiner Größe. Also ich würde es tatsächlich probieren. Hol die Camomaxel, die passt zur Army. Safe. Ein paar meine No. Einige schreiben Ja. 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 Okay. Pack ein. Wir hauen es mal in den Warenkorb, Leute. Wir hauen es mal in den Warenkorb. Wir können dann nachher immer noch schauen. Das hätten wir mal bei Cart. Ich bleibe jetzt bei den New Arrivals, weil er mir gesagt hat, er hat neue Sachen reinbekommen. Und da bin ich natürlich neugierig. Den finde ich auch sehr nice, Leute. Vetements Metal Tour Hoodie. Allerdings nur in einer M. Da brauche ich L. Aber der ist nice, Leute. Der ist nice. Den fühle ich. Den fühle ich sehr. Schlicht in schwarz. Klassischer Vetements Fit. Mit rotem Ton vorne. Wenn es in diese satanistischen Richtungen geht, dann bin ich sowieso immer ein Fan. Keine Ahnung, was mit meinem statistischen, bösen Charakter los ist. Aber das zeige ich ja in letzter Zeit öfter mal wieder. Condition very good. No flaws. Ein flawless Hoodie. Finde ich cool. 665, natürlich stolzer Preis. Aber nicht meine Größe. L wäre nice gewesen, dann hätte ich überlegt. Der ist ja mal krass. Aber 1150, schon viel, Leute. Da haben wir noch einige Gallery-Debt-Sachen. Das Shirt finde ich wild. So jetzt dann, wenn der Frühling kommt, so ein bisschen farblicher. Da drin in meinem Kleiderschrank fehlt sowieso an Farbe. Für 165 Euro. Naja. 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 Das feiere ich gar nicht. Also das fühle ich überhaupt nicht. Ein Hirn mit Flügel. Mir haut so auf den Vogel raus. Ich kann also nicht auch noch auf Prinz zeigen. Das fühle ich nicht. Aber das, so ein bisschen auf Kindergarten angelehnt, verspielt. Für meinen dunklen Charakter mal wieder etwas Bunteres. Kann man vorstellen, dass der Chat nicht feiert. Chat, was sagt es hier? Ich finde es eigentlich ganz cool. Gibt es in L oder XL. I don't know, Leute. Chat würde ich L oder XL brauchen. Gallery-Debt-T-Shirts fallen klein aus, deswegen eine Seite größer. Okay, also XL lieber. 165 Euro kann man machen. Das kostet ja fast so viel wie ein M&M-Shirt. Joke. Kann man machen. Chat, ja, Bombe, na, top, heftig. Okay, Chat feiert es. Doch, ist okay. Ich glaube eher nochmal größer. Wir packen es mal in XL ein. Aber für 165 Euro, überlege ich nicht lang, Leute. Add to Cart. Here we go. Zwei Sachen. Wir sind jetzt schon auf 1000 Euro, Leute. Wie lange machen wir das jetzt? Nicht mal 5 Minuten. Ist pervers, Maxl. Ich fühle es auch. Ja, pack ein. Einer schreibt ugly. Ja, so ein bisschen. Schaut es mal. Da hängt weiß und schwarz und da oben ein bisschen Farbe. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden, wenn wir noch ein bisschen was drin haben. Ich hätte Bock auf Farben. Ganz ehrlich, ich kaufe zu viel schwarz-weiß in letzter Zeit. Der ist, was haben wir da? Hoodie? Ja. Ja, okay. Einfach schlichter gelber Hoodie. Gibt es auch noch in meiner Größe. Gibt es aber auch noch ein Sweater. Sweater fühle ich fast mehr. Fühle ich fast mehr. Sehr schlicht. Es steht halt einfach fett. Schaut es mal, ich habe Gallery Department an. So. Aber Farbton ist nice. I don't know. Chat, was du meinst hier? Kann man einpacken auf schlicht 450. Da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet tatsächlich. 100% Karten. Retail sind 490. Haben wir ja 40 Euro gespart. Bildern. Ja, vor allem, ich erwarte mir da nicht die beste Qualität. Sag ich ganz ehrlich. Aber Gallery Department wollte ich schon länger haben. Und jetzt gibt es halt mal die Möglichkeit, was zu kaufen. Und deswegen denke ich mir, ja, pack mal ein, nehmen wir mit. So. Dann hätten wir dieses Ding auch mal im Kleiderschrank. Wisst du, was ich meine? Passt zu dir, hol ihn. Ja, in Gelb. Ich habe nur zwei Hoodies in Gelb. Und einen Neongelb. Somit wäre ein Sweater in Gelb mal nice. Ist mir wurscht, wenn die Qualität nicht so bombe ist. Ich habe da jetzt echt so die Erwartungen, dass es nicht unbedingt die beste Qualität ist. Aber ich möchte, ich habe quasi auch so ein bisschen dieses Sammlergefühl in mir und möchte das so ein bisschen aufstocken, damit meine Sammlung so ein bisschen komplett ist. Wisst ihr, was ich meine? Und Gelb ist nice. Gelb kann man machen. Ein gelber M&M ist besser. Klar. Moritz sagt, ja, pack ein. Zehn von zehn im Sommer. Safe. Wenn es jetzt wärmer wird, ist safe. Absolut gutes Argument. Ätter kalt. Wir können es ja immer noch aussortieren. Aber da kriege ich so richtig die Sommer-Vibes. Da habe ich ein gutes Gefühl. Das gibt mir endlich dieses Sommergefühl zurück. Da wird meine Stimmung gleich besser, Leute. Aber weit sind wir noch nicht kommen, gell? Wie viel haben wir schon? Über 1000 Euro, gell? Schauen wir mal weiter. Okay, das war's. Gallery-Department-mäßig. Also da gibt es noch so eine Hose. Habe ich aber nicht so Lust. Solche Hosen ziehe ich nicht so oft an. Bei dem Tee kriege ich Kotzreiz eher. Das habe ich mir gedacht. Das werden nicht viele feiern. Aber ich finde im Sommer, wenn es hell ist, mit einer schlichten Hose dazu, finde ich schon cool. Hat Sticht einem ins Auge. Chrome Hearts in Gelb. Weil es jetzt eh schon wurscht ist. Oha. Das ist einfach eins zu eins dieses Kanye West-Thema, das gegeben hat mit... Was war das nochmal? I feel like Pablo oder so. Eins zu eins ist das dieses Design für mich. Fühle ich gar nicht. 330. SM und L will mir nicht passen. Ah, habe ich auch keinen Bock. Pablo, genau. Genau. Diese Pablo-Vibes. Komplett. Neue Schuhe. Einfach Off-White-Galaxy-T-Shirt. Auch witzig. Was gibt es da noch so, Leute? Okay, Travis Scott. Sehr viel am Start. Aber ich bringe das einfach... Ich kann nicht mit einem McDonald's-Shirt herumlaufen. Diese ganzen Koop-Geschichten, das ist mir too much. Den würde ich fühlen auf ganz schlicht... 300, 500... Gibt es noch in L? Wäre genau meine Größe. Was meint ihr? Den finde ich eigentlich ganz cool. So ein schlichtes Piece in Schwarz kann man immer machen, passt überall dazu. Nichts Aufregendes. Hässliches Fuck. Leute, wie kann man da sagen, dass das hässliches Fuck ist? Da steht einfach schlicht Batman drauf. Und ich habe so ein Shirt in Weiß. Nicer Basic. Ja, safe. Trash-Kapuze. Dieses Etikett. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich habe zu viel Schwarz, aber der Hoodie geht fix. Ja, das ist das Ding. Automatisch greife ich zu solchen schlichten Sachen, weil ich irgendwie Bock habe. Aber 395, das ist nix. Oder? Für den Vetements-Hoodie? 395? Äh, zu kalt. Du hast zu viele schwarze Sachen. Aber man kann nie genug haben. Man kann nie genug haben. Ah, ich weiß nicht, Leute. Ich haue es mal rein, okay? Wir können es immer noch removen, aber ich gebe es mal rein. Nein, ich fühle es. Und ich finde, ich fühle mich so, als würde ich extreme Schnäppchen machen bei 395. Und ich weiß, den würde ich oft anziehen, wenn der fit nice ist. Schauen wir, was es noch so gibt. David Mauer-Hoodie. Seht ihr das? Der kostet zum Beispiel wieder 800 Euro. Der kostet 900 Euro. Der kostet 550. Da fühle ich mich einfach so, als hätte ich ein Schnäppchen gemacht. Der kostet überhaupt gleich 1000. Also bei 395 denke ich mir echt so, puh, Max hat gut gemacht, hast Geld gespart. Das gibt es nochmal im Blau. Aber wie gesagt, das Design fühle ich halt... Ah, okay, das geht schon eher noch. Chat, was meinst ihr? Hier, so im Blau, geht eh cool zu den Tanks, eher safe. Wild, haut nicht so um, Bombe, background is nice. Ja, recht schlicht auch, aber ich glaube, dass mir L zu klein ist. Ich schaue mal ganz kurz, was mein Sweater hat. Weil die schneiden extrem klein. X-large, na, vergiss. Schätzt's mal, was das für eine Größe ist, die ich da anhabe. Schätzt's mal. L ist soldat. Philipp ist am Start. Grüße gehen raus. XXS, absolut richtig. Gestört, oder? Einfach XXS. Aber nein, geht sowieso nicht, das ist L. Vergesst das, Leute. Aber wäre nice gewesen. Freunde, wer sich's holen möchte, L ist ausverkauft. Den fühlst du nicht so, Chat. Da kann man nichts falsch machen, finde ich, bei dem Preis. Maison Marcella, fühle ich. Aber jetzt sind wir dann wieder bei, ja, warum kaufst du einen schwarzen Hoodie? Da bin ich noch günstiger, wenn ich den Vetements Hoodie nehme. Weil der kostet zum Beispiel 480. Fühle ich aber auch. Weil jemand reingeschrieben hat, Hype Stuff. Ja klar, Freunde, wir kaufen Hype Stuff ein. Habe ich absolut Bock drauf. Das war auch das Ziel der heutigen Übung, hier Hype Stuff einzukaufen. Und gerade bei Rare Fashion bekommt man ja auch immer diese, sehr viel von diesen Needs. Also wer das feiert, was gerade im Hype ist, der ist da gut aufgehoben, weil die sehr viele gute Angebote haben, auf jeden Fall, wie man da merkt. Haben auch so Dinge, die absolut nicht im Hype sind. Wie zum Beispiel, wie ich gerade sehe, einfach die Montclair Elix-Jacke. 1.890. Wildes Ding. Aber jetzt kaufe ich keine Jacke mehr. Wisst ihr, was ich meine? Air Force Shadow Triple White. Auch ganz nice für 190. Schau mal wieder nach Schuhen. Leute, ich habe gerade so viele Schuhe eingekauft. Yeezy könnte ich mir mal wieder kaufen. Dann hätten wir auch diesen Hype Stuff erledigt. Okay, der ist natürlich wild. Aber den habe ich mir jetzt, glaube ich, geholt. Habe ich mir den nicht im Shopping-Blog geholt? Den würde ich auch füllen. Auf den hätte ich voll Bock. Also da würde ich echt sagen, ja, scheiß drauf, hole ich mir. 43 habe ich. Geht nicht. Schade. Den hätte ich jetzt safe noch eingepackt. Den habe ich mir mal geholt beim letzten Shopping-Stream, wer sich erinnern kann. Aber leider habe ich mir den an eine Nummer zu groß geholt. Chromats Cap fitted mir einfach nicht. Palm Angel habe ich keinen Bock. Essentials muss nicht unbedingt sein. Ja, ansonsten, Freunde, I don't know. Spricht mich jetzt nicht so viel an. Shivan Shia hatte ich jetzt nicht so Bock. Schuhtechnisch, wie gesagt, in letzter Zeit viel zu viel geholt. Den Rammstein-Hoodie habe ich immer schon nice gefunden, aber der ist mir leider zu klein, wenn das jetzt noch der ist. Aber ansonsten, Leute, hättet ihr noch was gesehen, wo ihr meint, das muss unbedingt noch in den Warenkorb. Fear of God Essentials Puffer, auch ganz nice, aber jetzt kaufe ich keine Jacke mehr. Was haben wir jetzt überhaupt im Warenkorb? Ich glaube, Freunde, jetzt wird es Zeit, einmal in den Warenkorb zu sehen und zu schauen, was ist notwendig und was nicht. Vier Sachen hätten wir jetzt am Start. Wie teuer sind wir? 1800. Chillig. Shirt muss raus. Ja, ich finde, wir sind weit unter dem Budget geblieben. Also von dem her muss jetzt nicht unbedingt was raus. Ich hätte jetzt kein schlechtes Gewissen, das alles einzupacken. Wird man auch raus, findet ihr? Ich freue mich über die Sachen. Vor allem, dann haben wir auch mehr zum Unboxen am Sonntag. Wisst ihr, was ich meine? Dann kommt noch die Gucci-Brille dazu, die können wir auch noch unboxen. Somit ein nices Unboxing-Video am Sonntag. Passt alles chillig, gönnt ihr alles. Machen wir, oder? Packen wir alles ein, würde ich auch sagen. Ja, Freunde, das war es von diesem Shopping-Stream. Was meint ihr? Die Sachen, die wir uns geholt haben. Sagt ihr, die sind nice oder meint ihr, das hätte ich mir auf keinen Fall geholt? Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung dazu und sagt mir, ob wir so ein Essentials-Stream-Ding machen, wo wir nicht ganz die teuren Sachen, sondern auch günstigere Sachen holen. Ich verlinke noch hier und hier ein weiteres Video von mir und nicht vergessen dann am 26. der offizielle Drop von MEM. Das war es von mir, euer Maximilian.